Hallo ihr lieben Look Piraten, mein Name ist Tim und heute zeige ich euch wieder einen filmischen Lookerzeug mit einem relativ einfachen Loadtree. Wollt ihr wissen wie es geht? Dann los! Als allererstes, ich nutze hier das neue Resolve Color Management und dieser Clip hier wurde in Panasonic Vlog aufgenommen. Ich habe also diesen Clip mit dem Input Color Space Panasonic Vlog getaggt und meine Timeline ist ganz normales SDR-Rex 709. Also nichts besonderes. Und ich habe mir diesen Clip ausgesucht, weil er eben nicht gerade besonders gut aufgenommen wurde, was die White Balance angeht. Ich versuche euch heute also so einfach wie möglich mal zu zeigen, wie ihr aus so einem Clip sowas hier machen könnt. Eins aber vorweg, es gibt immer mehrere Wege einen Look zu kreieren. Also bitte nehmt meine heute hier gezeigte Variante nicht als gesetzt hin, sondern probiert aus. Ich zeige lediglich einen relativ einfachen Weg, aber mit einigen Einstellungsmöglichkeiten, an denen ihr dann euch einfach mal ausprobieren und spielen könnt. Okay, die Belichtung lasse ich einfach mal so, wie sie ist. Die ist schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben hier keine gecrashten Blacks und die Highlights sind nicht zu hoch. Wir haben also genug Headroom hier oben und ein filmischer Look kommt selten über die 800er Marke mit den Highlights, wenn nicht gerade Spekular Highlights in der Szene vorhanden sind. Das passt also soweit ganz gut. Als erstes bringe ich etwas Sättigung rein, um zu sehen, was wir hier eigentlich so haben. Und dieses grünische Cyan, hier müssen wir dringend als erstes loswerden. Das ganze Bild ist momentan einfach nur grün Cyan. Und die Haut sieht aus wie von einem Alien, okay? Ich mache das immer zuerst mit dem Offset, aber hier versuche ich zuerst einmal mit der Temperatur und dem Tint das Bild etwas mehr auszubalancieren. Ich versuche es also erst einmal etwas wärmer zu machen, bringe dadurch aber natürlich viel zu viel Grün ins Spiel. Ich lasse Temp mal so auf ca. um die 980, 990 und steuere nun mit dem Tint dagegen, also mehr Magenta ins Image bringen, um das Grün wieder etwas loszuwerden und die Hauttöne etwas herauszuarbeiten oder besser gesagt zurückzuholen, denn sie sind ja nicht weg, okay? Sie sind ja da. Bevor ich also die Haut separat behandle, versuche ich immer zunächst mit einer ordentlichen Color Balance das Image mehr auszubalancieren, denn ich versuche immer so weit wie es geht, Qualifier zu vermeiden, okay? Guckt mal auf die Parade. Ich versuche also erst einmal nur grün und blau auszugleichen und lasse das Rot etwas in den Scopes dominieren. Ich hole die Scopes mal kurz ins Bild, denn genau das fehlt im Image momentan. Not aus und an, schon besser. Mit dem Offset versuche ich nun noch mehr auszugleichen. Dabei möchte ich vor allem das Rot im gesamten Image noch mehr hervorholen. So in etwa. Okay, jetzt habe ich zwar in den Highlights hier oben viel zu viel Magenta, aber eben auch noch diesen Grünstich. Ich könnte jetzt mit dem Gain das ausgleichen und hier Rot rausnehmen. So etwa. Das wäre jetzt der normale Weg, sag ich mal, aber ich lasse das mal so wie es ist. Wir kümmern uns darum noch später, denn ich konzentriere mich erst einmal mehr auf die Hauttöne und die sind jetzt schon viel besser. Okay, jetzt lege ich mir mit Option und S noch eine Note an oder auf Windows an Alt und S. Und hier arbeite ich jetzt weiter an den Hauttönen. Die sind mir jetzt etwas zu gelb-grünlich. Das sieht nicht sehr natürlich aus. Und dazu zoome ich etwas in das Gesicht rein und ziehe mir hier zunächst mit You das ganze Bild mehr in Richtung Rot, also weg vom Gelb. Aber nur ganz, ganz wenig. So etwa. Mit You immer ganz vorsichtig sein. Guckt mal, was das schon ausmacht. Jetzt nehme ich mir das Rot im Offset und ziehe mir das Rot noch einen Tick weiter hoch und das Grün etwas runter. Nur ein klitzekleines bisschen. So etwa. Jetzt ist aber etwas zu viel Rot im Rest vom Bild. Guckt mal. Der Himmel ist jetzt noch mehr Magenta-Farben und auch die Highlights der Hauttöne sind mir noch zu Rot-Magenta. Deshalb ziehe ich jetzt im Gain das Rot wieder etwas runter und gebe dem Grün noch einen kleinen Kick, um noch etwas gegen das Magenta zu arbeiten. Nur ein kleines bisschen. Und Blau ziehe ich auch noch einen Tick hoch. Das sieht schon ganz gut aus. Das Magenta im Himmel ist jetzt deutlich blauer. Und darum kümmern wir uns auch, wie gesagt, noch später um die Highlights. Jetzt ziehe ich mir noch die Sättigung etwas nach unten. So um die 46, 47 sieht gut aus soweit. Schon besser. Aus und an. Die Haut sieht jetzt schon viel lebendiger und nicht mehr so gelblich-grünlich aus. Ich zoome mal raus. Und guckt mal, wie viel besser und vor allem natürlicher das Bild insgesamt jetzt schon aussieht. Okay, ich benenne die Note mal noch in Balance Skin, also Ball Skin und lege mir nun noch eine Note an. Ich nenne diese jetzt einfach mal Offset, denn hier möchte ich nun mit dem Offset die Blacks noch etwas mehr ausgleichen. Die sind mir noch deutlich zu grünlich. Deshalb ziehe ich mir hier jetzt das gesamte Bild mehr ins Blau. Das mache ich aber diesmal mit den Color Bars. Und ich fange mit Grün an. Und ich nehme deshalb das Offset, weil ich nicht nur die Blacks, sondern auch gleich das gesamte Bild, wie gesagt, noch weiter mit Farbkontrast versehen will. Das sieht schon besser aus. Jetzt Rot raus. So in etwa. Und jetzt ist das etwas zu blau und deshalb noch etwas blau raus. Aber nicht zu viel. Und schließlich ist das Bild ja in der blauen Stunde entstanden. Zumindest sieht das stark danach aus. Also möchte ich ja diese Kühle etwas behalten. Und in der blauen Stunde ist das Licht ein weiches oder am weichesten. Guckt euch mal die Schatten auf diesem hübschen Mädel hier an. Schön weich und ein toller Roll-Off. Ich versuche also nur dem Gesicht oder besser dem Hauttönen diese leichte Kühle zu geben. Zu viel Wärme würde das Bild eher, naja, nach meiner Meinung zerstören oder die Stimmung zerstören. Aber das ist nur meine Meinung. Und wenn ich jetzt mal die Note an- und ausschalte, guckt mal, wie viel Farbkontrast wir jetzt schon haben. Und das ist auch das Geheimnis eines guten Gradings. Kontrast bringt man gerade bei einem filmischen Look vor allem mit Farbkontrast ins Bild. Nicht mit dem Kontrast leider, okay. Okay, gefällt mir schon ganz gut bis hierhin. Okay, bis hierher habe ich nun vor allem das Image und die Skintones ausbalanciert. Das mache ich normalerweise in einer oder höchstens zwei Notes. Aber ich habe das für euch mal auf drei Notes aufgesplittet. Da wird der Workflow etwas klarer für euch. Hier könnte ich jetzt noch mehr verfeinern, indem ich mit Lift noch das Blau reduziere und etwas mehr Rot reinbringe. Um die tiefen Schwarztöne noch mehr auszubalancieren und wirklich ein reines Schwarz zu erhalten. Aber ich lasse das mal so, weil ich dieses Blau in den Tiefen noch behalten möchte. Ihr seht auch gleich warum. Okay, jetzt lege ich mir noch eine Note an und mit Option und P oder Alt und P auf Windows gleich noch eine Parallel Note dazu. Und die oberste Note benenne ich mal Look. Und die Note darunter ist für die Highlights. In der oberen Note ziehe ich mir erstmal Lift deutlich mehr Richtung Teal, also mehr ins Blaue. Denn Grün haben wir noch reichlich in den Tiefen. So in etwa. Und mit Gamma kompensiere ich das nun wieder etwas, indem ich ganz einfach das Gamma in die entgegensetzte Richtung ziehe. Das nennt man Push und Pull oder auch Bouncing. Und beim Color Grading geht es fast immer darum, dass wenn man eine Änderung macht, diese meist an einer anderen Stelle etwas zu kompensieren ist. Also das muss man dann kompensieren. Okay, das ist eines der Grundprinzipien beim Color Grading. Also bitte merken, zieht ihr irgendetwas irgendwo heraus, dann solltet ihr in den meisten Fällen auch wieder an einer anderen Stelle wieder etwas mehr davon reinbringen ins Bild. Und genau das sorgt dann dafür, dass das Image nicht grundsätzlich zu grünlich oder zu gelblich aussieht zum Beispiel. Ihr zieht dann also das Bild etwas auseinander. Versteht ihr das, was ich meine? Und genau damit erzeugt ihr viel bessere Farbkontraste, ohne dass ihr irgendwelche Color Warp oder Kurven oder Qualifier nutzen müsst. Versucht wirklich lieber erst einmal die Basics Tools hier zu nutzen. Und das sind vor allem die Primaries hier. Okay, das sieht doch schon ganz gut aus. Vorher, nachher. Ich habe also hier jetzt vor allem die Shadows deutlich mehr ins Stil gezogen und mit dem Gamma die Hauttöne bzw. die Mitten geschützt. Oder eben wieder zurückgeholt, wenn ihr so wollt. Und das war es auch schon für diese Note. Mehr mache ich hier nicht. In der Note darunter balanciere ich nun die Highlights ein bisschen mehr aus. Und dazu nutze ich logischerweise Gain. Ich hole mir hier jetzt zuerst das Rot etwas runter. Ziehe mir dann das Blau deutlich nach oben. Und gleiche noch etwas mit Grün aus. Wobei, das gefällt mir nicht. Da wird die Haut gleich wieder leicht grünlich und auch die Haare. Seht ihr das? Ich setze das Grün mal wieder zurück. Besser. Mir kommt es jetzt nicht auf ein perfektes Weiß in den Highlights an, sondern vielmehr auf die Hauttöne. Die Highlights sollten grundsätzlich so sauber wie möglich sein. Also ein neutrales Weiß bzw. helles Grau haben. Aber ich lasse das jetzt mal so zugunsten der Hauttöne. Das ist wirklich nur sehr marginal. Obwohl, ach kommt, wenn ich schon von sauberen Highlights rede, dann mache ich das jetzt auch mal. Also grün ein Tick hoch. Oder wartet. Da ich mit dem Gain meiner Hauttöne zu sehr beeinflusse, nehme ich dazu ausnahmsweise mal die Log Wheels. Und ziehe mir hier das Grün in den Highlights auf ca. So was hier. Ja, das passt soweit. Okay, jetzt lege ich mir mit Option und Pay noch zwei Parallel Notes dazu an, sodass ich jetzt einen Parallel Note Stack von vier Parallel Notes habe. Und die vorderste nenne ich jetzt Color Adjustments. Hier mache ich noch ein paar Farbanpassungen. Und die unterste Note nenne ich Saturation oder Sättigungs Adjustments. Und hier balancieren wir noch die Sättigung etwas mehr aus. Das mache ich übrigens sehr oft. Nur, dass ich dafür noch ein paar andere Techniken verwende, die hier jetzt aber absolut den Rahmen sprengen würden. Die Kurven sind dafür aber super geeignet, weil wir hier wirklich nur kleine Änderungen machen. Große Änderungen bzw. Anpassungen solltet ihr aber sowieso grundsätzlich vermeiden. Immer vorsichtig kleine Änderungen machen und vor allem auch immer wieder das Image kontrollieren. Also vorher und nachher. Auch ein wichtiger Tipp, gönnt euren Augen immer mal eine Pause. Eure Augen gewöhnen sich viel zu schnell an die Umgebung. Und wenn ihr stundenlang am Monitor sitzt und denkt, yeah, das sieht aber toll aus. Und dann geht ihr Kaffee trinken, joggen oder was weiß ich. Und ihr kommt zurück und schaut euch euer Resultat an. Dann werdet ihr schnell feststellen, dass es auf einmal ganz anders aussieht und komischerweise gar nicht mehr so toll. Und das könnt ihr sehr gut vermeiden, indem ihr euch zwischendurch immer mal 10 Minuten Pause für die Augen gönnt. Aber bitte nicht dann dafür auf ein Handy schauen oder auf ein anderes Display, sondern lieber mal aus dem Fenster gucken oder mal rausgehen. Es ist wirklich wichtig, dass eure Augen sich zwischendurch immer mal wieder an natürliche Farben und Lichtverhältnisse gewöhnen. Und dann geht ihr zurück in den Monitor und macht weiter. Glaubt mir, das ist der am meisten unterschätzte Rat. Probiert es mal aus. So, in der Color Adjustments Note gehe ich nun zur U-Versus-U-Körbe und hier ziehe ich mir ganz einfach erst einmal hier unten für alle Farben die entsprechenden Kontrollpunkte rein. Und jetzt ziehe ich mir hier den roten Kontrollpunkt etwas mehr zum Orange hin und ziehe mir dann den Orangenpunkt etwas mehr zum Grün rüber. Nur ein Ticken und hebe ihn dabei etwas an. Denn ich möchte nun vor allem aus dem weniger gesättigten Grünton das Grün herausziehen und gleichzeitig das Grün, also das mehr gesättigte Grün, mehr in Stil ziehen, also mehr in Richtung Syren. Nur ganz wenig. So in etwa und dem blauen Kontrollpunkt ziehe ich mir noch ein kleines Stück nach oben. Das passt schon ganz gut. Mal gucken. Aus, an, vorher, nachher. Guckt mal, was dieses kleine bisschen an Änderung schon ausgemacht hat. Seht ihr das? Wir haben jetzt vor allem den Tonumfang für Blau und Grün in den Tiefen erhöht und dabei gleichzeitig die gelb-grünlichen Töne etwas herausgefiltert. Also schon wieder gegengesteuert. Hier in dem gelb-grünen Bereich. Okay. Und das kommt nicht nur unserem weniger gesättigten Gras zugute, sondern auch den Hauttönen. Achtet immer hauptsächlich auf die Hauttöne. Die sind immer der Schlüssel zu einem guten Image. Immer. Außer natürlich, ihr habt nur Kühe oder Malwürfel im Bild, dann natürlich nicht. Okay. Unterste Note. Hier bringe ich nun die in den obersten Notes hier gemachten Farbkontraste und Tonungen, Entschuldigung, Tönungen, noch weiter nach vorn. Dazu gehe ich zur U-Versus-Sat-Kurve, setze mir die Punkte, ziehe als erstes Blau etwas hoch, verschiebe aber dabei den Punkt mehr zu dem Übergang von Syren und Blau. So in etwa hier will ich jetzt nur einen kleinen Peak erzeugen, also die wirklich Blau-Syan-Töne etwas mehr anheben. Wichtig ist, dass ihr hier Magenta möglichst nicht mit anhebt oder ich nicht mit anhebe. Deshalb vermittle ich diesen Punkt einfach zwischen Syren und Blau. So und jetzt ziehe ich mir noch das Grün etwas nach unten und ihr seht, ich pendle dabei immer etwas. Das mache ich sehr oft so, denn dabei kann ich mich immer ganz gut an den, ich nenne es mal Sweet Spot herantasten. Das hilft auch den Augen etwas, wach zu bleiben, nicht zu viel, aber mir hilft es meistens sehr gut, den richtigen Punkt zu finden. Denn hier gucke ich nun kaum auf die Scopes, hier mache ich mehr mit den Augen und lasse mich hier mehr von meinem Kopf leiden. Nennt es von mir aus intuitives Herangehen, okay? Den roten Punkt hier ganz links lösche ich, dann wird die Haut noch intensiver. Guckt mal, vorher, nachher, nicht schlecht. Okay, ich schalte mal alle diesen Parallel-Nodes hier aus und wieder an. Der Vorteil bei den Parallel-Nodes ist, dass die Einstellungen bzw. die Signale der einzelnen Nodes miteinander gemischt werden, okay? Und gerne auch dazu mal noch mein Video über die Nodes anschauen. So, nun müssen wir uns aber noch um das Syren hier bzw. das Ziel kümmern. Da geht noch was. Dazu legen wir uns noch eine Not an, gehen zur U-Versus-Luma-Kurve und hier setze ich mir zunächst drei Punkte. Einen bei Orange, einen bei Syren und einen kurz vor Magenta, denn das möchte ich alles so lassen, wie es ist. Und jetzt ziehe ich mir ganz einfach den Punkt hier nach unten und ich möchte diese Töne noch etwas tiefer haben, okay? Gleichzeitig bekommen diese Töne nun auch noch einen Kick mehr Sättigung, ganz automatisch. Seid hier aber vorsichtig, Luma nur ganz wenig absenken, sonst riskiert ihr Artefakte und Collar-Bendings und das wollt ihr nicht. Okay, und zum Schluss gebe ich dem Orange noch einen klitzekleinen Kick nach oben, nur einen Hauch. Aber guckt mal, was das mit unseren Hauttönen macht. Die Haut poppt noch etwas mehr hervor. Das ist im Grunde sowas wie ein kleiner Glow oder Schein. Also die Haut strahlt jetzt etwas mehr. Seht ihr das? Wir sind schon auf der Ziege geraten. Was wir jetzt noch machen, ist das Finishing, okay? Dazu lege ich mir jetzt noch vier weitere Notes an, sortiere mir die mal noch ein wenig. Und die erste Note, davon nenne ich Glow. Die nächste Final Sättigung, also Final Sat. Die vorletzte ist für den finalen Kontrast, also Final Contrast. Und ganz zum Schluss geben wir natürlich noch Grain drauf. Ich hole mir jetzt den Glow-Effekt auf die Glow-Node, aber nicht um hier einen klassischen Glow hinzuzufügen, sondern ich nutze den Glow, um einen Farbkontrast zu verstärken. Passt auf, ich nutze den im Prinzip wirklich wie ein Verstärker. Dazu ziehe ich mir zunächst die Spread auf 0 und reduziere mir hier die Shine Threshold fast bis ganz runter und ändere nun den Composite Mode auf Soft Light. Aber das ist natürlich jetzt absoluter Overkill. Das geht so gar nicht, das sieht schrecklich aus. Aber ich kann das regulieren, indem ich hier den Overlay ganz einfach nach unten ziehe, also die Deckkraft dieses Effekts verringere. Ich gehe hier so auf ca. 140, 150 runter. Ja, noch ein bisschen weniger. Okay, viel besser. Guckt mal. Aus, an, vorher, nachher. Dieser Effekt bringt uns viel mehr Farbkontrast und stretcht unser Image wunderbar auseinander. Ich hole mal die Scopes ins Bild. Seht ihr das? Sehr schön. Okay, jetzt erhöhe ich noch die Sättigung etwas. Ganz einfach einen Hauch nach oben. Ganz vorsichtig, nur um die Farben noch ein kleines bisschen poppen zu lassen und die Hauttöne etwas wärmer oder noch reicher zu machen, wenn ihr so wollt. Und dann gehe ich schon zur Kontrast Note. Und hier nutze ich nun den ganz normalen Kontrastregler und ziehe mir hier den Kontrast rein und regele dann mit dem Pivot noch ein bisschen nach unten, sodass der Kontrast eher nach oben als mehr zu den Highlights wirkt. Vorher, nachher, okay. Letzter Schritt, Grain. Ohne Grain wird es nichts, glaubt mir. Ich zoome mal in das Image rein. Und ihr seht, wir haben hier bereits einiges an Rauschen. Und ich habe bewusst dieses Rauschen mal drin gelassen, denn das Image ist nicht gerade besonders scharf. Also die hübsche Dame ist etwas Outer Focus und außerdem ist es nicht sehr schlimm. Also das Rauschen meine ich, deshalb lassen wir das mal so. Man muss nicht immer alles Rauschen eliminieren. Aber ich bringe jetzt trotzdem noch etwas Grain in das Image, denn das macht es noch einmal ein ganzes Stück organischer und hilft noch besser, den filmischen Look noch etwas näher zu kommen. Also einfach Grain draufziehen. Und da das hier kein Interior Shot, sondern ein Outdoor Shot ist, nehme ich den normalen 35 mm, erhöhe hier mir die Textur ein wenig, erhöhe die Strength, also die Stärke, erhöhe mir die Textur noch ein bisschen und hole mir mal die Scopes ins Bild. Guckt mal auf die Scopes vorher, nachher. Auf den ersten Blick denkt ihr, dass ihr damit das Bild verschlimmert, aber das Gegenteil ist der Fall. Es macht es organischer und dadurch wirkt es auch noch einen Ticken schärfer, denn Textur macht ein Bild in erster Linie detailreicher und damit erreicht man auch den Eindruck von mehr Schärfe, okay? So, ich mache mal Full Frame und schalte noch mal das Grain aus und ein. Seht ihr das? Ich weiß nicht, was YouTube davon wieder alles wegrechnet, aber ich hoffe, man sieht den Unterschied auch im Bild deutlich. Okay, wir gehen noch einmal alle Schritte zum Abschluss durch. Ich schalte mal alle Nodes aus und guckt mal, was unser Ausgangs-Image war. Furchtbar! Okay, als erstes haben wir eine grobe Farbkorrektur gemacht. In der nächsten Note habe ich die Hauttöne etwas mehr in die Richtung gebracht, die sie hin mussten und in der dritten Note schließlich das gesamte Bild noch etwas mehr mit dem Offset separiert und reicher gemacht, denn hier habe ich vor allem noch den Tonumfang der Teal-Töne erweitert, den ich dann gleich als Basis für den Look gebraucht habe. Die nächste Note hier im Stack ist unser eigentlicher Look, lediglich mit Lift und Gamma, den Tiefen mehr Teal gegeben und die Mitten- und Hauttöne ausgeglichen. Das heißt, hier habe ich die Tonalität etwas komprimiert und in der nächsten Note habe ich die Highlights mehr ausgeglichen und die Magenta-Stich etwas entfernt. In der nächsten Note darunter hier dann die weniger gesättigten Grüntöne mehr neutralisiert und dem Blautönen einen kleinen Kick gegeben. Dann in der untersten Note mit U vs. Sat die Sättigung für die Hauttöne und die Teal- und Cyan-Töne leicht erhöht, um wieder den Farbkontrast noch ein wenig zu pushen und eine noch bessere Tontrennung zu erreichen. Und mit der Luma-Note hier haben wir den Blautönen noch etwas mehr Tiefe gegeben. Mit dem Glow lassen wir den zuvor herausgearbeiteten Farbkontrast im gesamten Image richtig schön hervorpoppen. Dann haben wir noch die Sättigung hier einen kleinen Tick angehoben. Das kann ich aber auch weglassen, aber ich mache in dieser Note immer gern finale Anpassungen. Oft muss ich auch einfach die Sättigung etwas zurücknehmen. Aber hier habe ich sie etwas angehoben, denn wir liegen noch gerade so halbwegs im Rahmen. Aber mehr darf wirklich nicht sein. Und dann noch der finale Kontrast. Der macht das Image noch mal ein Stück lebendiger und trennt wunderschön unsere junge Dame vom Hintergrund. Und das übrigens nur, weil wir hier vorher in den ganzen Nodes diesen Farbkontrast herausgearbeitet haben. Okay. Und zuletzt natürlich noch das Grain. Ohne das geht es nicht. Okay. Ich scrolle mal durch den Clip. Ich denke, ich schalte einfach mal die finale Sättigungs-Note lieber aus. Das ist ein Hauch too much. Ach so. Ihr könnt natürlich auch noch im Nachgang die Note für die Hauttöne anpassen. Wenn ihr wollt, guckt mal. Wenn ich die jetzt mal ausschalte, viel zu gelb. Da fehlt einfach blau in der Haut. Aber ich kann jetzt zum Beispiel auch bei dieser Note ganz einfach die Deckkraft ändern. Dazu braucht ihr hier einfach nur den Gain-Output ein bisschen runter regeln. Seht ihr das? Ich senke mal auf ca. 70% ab. Also so um die 0,7. Und gehe mal im Clip noch weiter nach hinten zum Schluss vom Clip. Und nochmal zurück im Clip in die Mitte zum Gesicht. Nochmal Full Frame. Und fertig. Ich persönlich würde jetzt noch ein paar Änderungen machen. Aber da ich das Tutorial nun auch nicht zu sehr ausdehnen möchte und da es ja auch möglichst Anfängern helfen soll, besser den Einstieg in ein gutes Grading zu finden, höre ich jetzt hier auf. Ich habe bewusst heute keinen Qualifier, keine Power Windows und keine Keys oder Tracking verwendet und mich wirklich nur auf die Primaries und die Standardkurven beschränkt. Ihr seht, da kommt man schon sehr weit. Also probiert euch aus. Das Video soll zum Nachahmen und Selbstprobieren anregen. Okay, das war es auch schon wieder. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch einfach gleich diesen Kanal. Und über ein Like freue ich mich natürlich genauso. Und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst ja, wie immer, ab damit in die Kommentare. Also ihr lieben Fahrpiloten, bleibt schön bunt und macht's gut.